Hallo und herzlich willkommen zurück zu Equinox, meinem Retro-Let's-Play, yeah! Und ja, ich muss mich jetzt erstmal anders irgendwie hinsetzen, weil die Sonne war langsam echt übel und ich wollte wenigstens noch etwas erreichen in dem Spiel. So, jetzt hier ist es erstmal nochmal nachdenken. Wir wollten nach einer grünen Schlüsseltür suchen, weil der grüne Schlüssel der einzige Schlüssel ist, den wir noch haben. Ich hoffe, wir finden mit ihnen entweder einen Token oder einen weißen Schlüssel. Ups, ich vergaß, das hatten wir schon mal, diese Thematik. Ach ja, es geht schon wieder los! Da-di-dam! Oh, weiter will ich mal nicht gehen. Ich schiebe auch nicht mehr! Ja! Denn da, du bist ja sowas von schnell. Eigentlich überhaupt nicht, aber ne? Das war ja auch Sarkasmus. Okay, schauen wir hier entlang. Aber zuvor, ne, ich glaube, hier gab's nichts. Gut. Grüne Tür. Wir suchen nach einer grünen Tür. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. War ich ja nicht gerade eben erst. Wir sind jetzt in... Moment mal, ist das weiß oder ist das der gelbe Bereich? Kurz schauen. Das ist... Hm, weiß ich auch nicht so recht. Ist es weiß oder ist es gelb? Was meinten ihr? Ist es mehr weiß oder ist es mehr gelb? Also allgemein ist es ja relativ hell, aber irgendwie auch nicht. Hier könnte ich mir was vorstellen. Aber ich glaube, hier drüben gab's schon mal den Geheimgang. Also würde es den hier nicht noch einmal irgendwie geben. Oder? Was ist das? Was ist das nicht? Ich bin ein wenig verwirrt. Muss ich hier unschuldig mitbekommen? Nee. Hätte also sein können. Hm. Ach ja. Ja, an den Kollegen erinnern wir uns noch. Ne, ne, ne. Das hätte er jetzt gerne, was? Sehr schön. Es bewegt sich nichts von selbst. Jetzt bewegt sich was von selbst. Okay. Ja, den Apfel hätten wir, äh, konnten wir durchaus gebrauchen. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Muss ich hier schon wieder durch? Muss ich wirklich? Oh nee. Hm. Na, was ist jetzt. Wir sollten es als Übungsstunde ansehen. Na? Okay. Das läuft doch bisher ganz gut. Beton auf das kleine Wörtchen. Bisher. Okay. Einsprung. Oh oh. Oh. War doch nicht zu knapp. Meine Fresse. Macht doch nicht so einen Stress. Ich bin nur ziemlich sicher, hier gab es nichts weiter, was für ein Interesse wäre. Außer vielleicht ein Geheimgang, von dem ich aber nichts wüsste. Weil der war wohl nicht da. Warum soll der also jetzt da sein? Hm. Das ist ja so ein komischer Ort. Hm. Dort ist auf jeden Fall was blockiert. Man kann die Kamera an sich da auch nicht drehen, ne? Weil da ist er so fest gescriptet. Ah. 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 Glendal. Please. Danke. Machst du was? Nö. Es macht nichts. Gar nichts. Jetzt sind wir. Ach ja. Ich erinnere mich an den Raum. Hier waren diese ganzen Schwabelfiecher. Die grünen. Aber weit und breit kein Geheimgang, ne? Das ist mir echt zu seltsam. Kaum Geheimgänge. Wir haben einen lumpigen Geheimgang gefunden. Aber ich dachte schon, ich bin zu viele Wände schon abgegangen. Kann doch gar nicht sein. Es ist nervig. Es ist lästig. Hm. Es will einfach nicht klappen mit dem Geheimgang. Nirgendwo ist einer. Ein nennenswerter Geheimgang. Dort unten war ja schon ein Raum, nicht wahr? Stimmt? Stimmt. Gut. Da kann doch eigentlich nur hier irgendwo was sein. Vielleicht noch. Ich glaube von dort kam ich ja auch schon. Und da könnte es auch schon sowas geben wie ein Geheimgang. Hm. Also wenn das weiter so geht, bin ich bald ratlos. Ach ja. Hier haben wir den Zauber herbekommen. Ob es vielleicht ein Geheimnis im Geheimnis gibt? Hm. Hier wollen rechts und links Geister noch. Okay, wir probieren das hier nochmal. Also eigentlich sind ja die Pfeile, wo man drauf treten kann, groß genug. Normal müssen die das doch schon bei Zeiten erkennen. Wo man hier im Geheimgang getritt oder nicht. Okay, das war nicht richtig. Was ich so machen würde? Ach, da handelt sich ja auch so komisch. Gerade eben zumindest. Ist schon alles irgendwie seltsam. Wir kommen nicht weiter. Okay. Ähm. Nochmal zurück zur Overworld. Scheint ja sonst alles nichts zu bringen. Ah, dann müssen wir wieder diesen blöden Weg zurück eiern. Verdammt nochmal. Wieso? Ach Gott, Gott, Gott. Wow. So, ja, weil wir das immer noch nicht mitgenommen haben. Nicht wahr. Stirb. Bing, bing, bing. Boing. Ist aber auch nicht, ne? Gibt's auch nicht rein. Oh, ich könnte ausflippen. Okay. Jetzt nochmal hier durchmanövrieren. Sieht ja bisher ganz gut aus. Aber guckt mal, manchmal da berühre ich die oben, die Kanten und bist sofort tot. Und manchmal da passiert rein gar nichts. Oh, wie jetzt zum Beispiel. Jetzt bin ich wieder tot. Dann schaffe ich's wieder, komischerweise. Mit irgendwelchen mysteriösen Gründen. Oder jetzt aber auch nicht. Das verstehe ich nicht ganz. Soll ich das alles nach Bauchgefühl machen? Kann's aber wohl nicht sein. Jetzt hat's wieder geklappt. Ich verstehe das nicht. Wo könnte noch ein Geheimgang sein? Hier vielleicht? Nee. Gibt's keinen. Nirgendwo. Das ist doch zum Mäusemelken. Was soll ich denn an dem blöden Geheimgang suchen? Okay. Nichts wie raus hier. Erstmal. drüben sind ja eigentlich überall Räume. Und da, wo Räume sind, sind im Normalfall auch keine Geheimgänge. Also natürliche Räume meine ich jetzt da damit. Hm. Ich weiß immer noch nicht. Ist es weiß oder ist es jetzt gelb, wo wir hier sind? Hier, das hier, das schreit immer so nach Geheimgang. Hier ist so ein riesiger Einschnitt. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ich bin echt ein bisschen ratlos. Okay, verfolgen wir mal den pinken Weg zurück. Und hoffen, dass wir auf eine grüne Tür stoßen. Ah ja, ich erinnere mich an diese Stelle. Von hier kamen wir einst mal. Moment. Kamen wir jetzt von oben? Ist es jetzt weiß oder ist es gelb? Ich habe immer noch keinen Durchblick. Das könnte jetzt weiß sein. War das andere Boden mehr gelb? Hm. War ich dort schon mal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, ich war hier schon in beide Richtungen gegangen. Moment. Aha. Hier haben wir immer schon mal ein grünes Tor. Hier sind wir doch blau. Hier auch, schaut mal. Das hier macht einen Geheimgang aus. So wie Stacheln da aufgebaut sind. Wie? Nö. Ey, ernsthaft. Da ist doch schon so schön aufgereiht und dann nichts. Nichts. Ich flipp aus. Das kann es doch nicht sein. Ach, ich weiß, wo wir sind. Wir sind schon da an einem Ausgangspunkt. Mit anderen Worten, uns hat es nicht sehr weit gebracht. Hm. Okay. Planänderung. Wir suchen jetzt mal was. Da ist hinten so eine Schneisonne. Es geht einfach nicht weiter. Toll. Ich bin echt ratlos. Ich weiß nicht mal, wo wir suchen sollen. Nach irgendetwas. Ich bin doch nur alles abgelaufen. Was wollen die denn noch? Ich habe doch auch die verdächtigen Stellen unter die Lupe genommen. Warum ist überhaupt irgendwie seltsam. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich werde diesen Part doch ein bisschen verfrüht abbrechen. Wenn ich jetzt hier in diesen Bereichen nichts weiter finde. In dem Grund kann ich mich auch noch erinnern. Er hat nur spaßeshalber, glaube ich, eine weiße Flasche mitgenommen. Hier gab es was zu holen. Dort unten gibt es noch was zu holen. Nämlich einen Schlüssel. Sieh einer an. Da gibt es einen weißen Schlüssel. Ja, der bringt uns weiter. Okay. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Guckt euch das an. Wir stehen direkt in den Stacheln drin und sie tun uns nichts. Sehr merkwürdig finde ich das schon. Du hast einen Weiß. White. Weiß. Weiß. Genau, fast. Schlüssel gefunden. Apropos weißer Schlüssel. Wir müssen jetzt den Ausgang wiederfinden. Ich hoffe, der ist ja gleich in der Nähe. Ach ja, genau. Da war ja was. Da waren nämlich Stacheln in der Mitte. Oh, aber da gibt es einen delicious. Den können wir durchaus mitnehmen. Wie gucken wir dorthin? Moment, vielleicht kann ich ja hier einen der beiden schieben. Aha. So funktioniert es. Und genau so funktioniert das. Okay. Okay. Ich habe ja noch immer so einen Raum mit vermutlich einem Token drin im Kopf. Den wir ja, denke ich, hoffe ich, auch finden werden. Das blöden weißen Schlüssel. Wir hätten schon viel weiter sein können, wenn ich nicht einmal für die Katze den Schlüssel vor saulumbart hätte. Ich schiebe den lieber noch ein Stück weiter nach hinten. Bessere Treffquote, wisst ihr? Oh. Glitschi, Glitsch. Glitschi geht Glitsch. Okay. Okay. Nochmal. Das war schon da dran. Aber dieses Rätselrad mit den Blöcken ist es auch nicht ganz ohne. Muss ich immer wieder sagen. Aha. Übrigens. Mir fällt aus, dass hier relativ kontinuierlich Musik herrscht. Es ist wohl gerade wieder etwas ruhiger, aber man hört doch ein wenig Musik. Also in Altena, glaube ich, hieß der letzte Ort dieser Unterwasserdanschen, da war das ja anders gewesen. Da war es ja Ewigkeiten. Die blanke Stille. Wow. Ganz ruhig, Glendal. Nicht ausrasten. Ja, genau. Jetzt schiebe ich das Ding bis ganz in der Tür. Jetzt habe ich die Schnurze voll. Ich mag nicht mehr. Wow, 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 wow. Diese Geräuschkulisse. Gendal. Moment mal. So komme ich schon mal an den Delicious ran. Also, wir können uns merken, Weiß füllt alles auf. Ohne Ausnahme. Also Weiß sollten wir wenn möglich liegen lassen. Gegebenenfalls eventuell. So, aber wir wollen ja da drüben hin. Ah, ich weiß, es ist trotzdem nicht ganz hinten, aber... Werde überhaupt ist ganz hinten? Ich weiß es nicht. Nicht so ganz ersichtlich. Hm. Ja, sie sich einfach nicht lenken lässt in der Luft, ne? Der Sack. Nochmal. Aber wir waren schon mal nah dran. Gut, das mit den Apfel wäre geklärt. Wo komme ich eigentlich hier hin? Ach ja, hier, da haben wir uns mal verletzt. Da gab es einen Schlüssel oder einen Token. Ich glaube, einen Schlüssel gab es hier. Okay. Aber wir wollen jetzt erstmal da nach drüben gehen. Das könnte uns schon weiter bringen. Und wir haben ja noch die eine Schlüsseltür offen. Sollten wir nicht vergessen. Und ich habe vergessen, wie lange der Part schon geht. Wenn wir gerade so vom Vergessen sprechen, ne? Auch das noch. Dum-di-dum-di-dum. Schieb, Lendal, schieb. Möchte wenigstens noch etwas in diesem Part erreichen. Eine Kleinigkeit. Dies einfach nicht reicht. Ist aber auch blöd einzuschätzen. Na. Aus. Ach, dieses Geschiebe. Nee, 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 nee. So, und noch einmal. Alles an den rechten Platz bringen. Schieb, schieb, schieb. Und noch einmal. Okay. Das kriegen wir ja schon mal ganz gut hin. Ja. Okay. Jetzt keine Fehler mehr leisten. Spring, Lendal. Spring. Igitt. Das sieht ja schon wieder furchtbar aus. Ich habe es irgendwie geahnt. Oh, verdammt. Falsche Richtung. Okay. Aber, das kriegen wir hin. Kontinuierlich. Spring, Lendal. Okay, der scheint normal zu sein. Das soll mir recht sein. Ich glaube, das ist nur, um zurückzukommen. Ja. So, raus hier. Aha. Geheimgang. Mehr oder weniger. Aber gut, ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Verdammt, ich noch eins. Okay, welcher Raum war das jetzt? Ja, ich glaube, hier war ich auch schon. Okay, das heißt, wir sind jetzt wieder im Bereich Weiß. Im Weißen unterwegs. Gut, aber wo wir schon mal hier sind, versuchen wir hier auch weiterzukommen. Aber ich glaube, das heben wir uns für den nächsten Part auf. Ich werde jetzt noch versuchen, hier oben auf das Potest zu kommen. An die Leiter. Und dann werden wir den nächsten Part unten durch das Tor laufen. Und hoffen, dass wir endlich an die restlichen Geheimnisse kommen in dem Spiel. Oh, Gott sei Dank. So, also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Es geht endlich wieder ein klein wenig voran. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.